so 10 mal 85er pack leute kommen wir jetzt gleich zu mal schauen checkt immer den job aus nice designs orange blau rot grün kisten dass ein torbeutel vieles mehr unterstützt mich wie man wisst und ihr habt doppelt das pack lag gönnt euch den links oben in der beschreibung ich danke euch für uns support schreibt rein was in eurem 10 85er pack war ab in die kommentare lassen like da abo glock aktivieren täglich einschalten ich hoffe sehr dabei wenn ihr bock habt schaltet ein let's go team of the season oder ist messi totz überhaupt stürmer mich gerade überlegen ich weiß es gar nicht kann auch sein dass er flügel ist bruder alter martin es ich habe schon messi vor mir gesehen alter bitter 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 94 martin es ist okay bin ich auch mit zufrieden aber wenn man so knapp am messi scheitert ist natürlich absolut bitter 8 walkouts von 10 ist stabil 4 totney 5 tot aarons und des doppelt müssen direkt in die nächste spc einbauen wir kommen zum 84er pack 20 mal lasst vor wir gehen mal ein like da checkt den shop aus nice designs orange blau rot grün kissentasten torbeutel vieles mehr unterstützt mich ihr wisst es ja und ihr doppelt das pack lag wenn ihr die nice designs danach also gönnt euch link so in der beschreibung ich danke euch schreibt immer gerne rein leute was war in eurem 84er pack ich hoffe was gutes lassen like da abo glock aktivieren täglich einschalten ihr wisst es let's go team of the season kommen halt irgendwie messi ronaldo uruguay nein bruder es wird ein digger ich oder ich denke es wird zu war es ist wo das ist ich verstehe es nicht es ist einfach ein pack wo man 20 mal 84 sieht der beste ist 89 bruder ich dachte es wird zu war jetzt 95 gesagt in ordnung aber was ist das denn egal ist ja verarsche aber komplett drei worte digger es sind sechs wo kurz im gesamten pack ein doppelter vielleicht sieben aber drei in form ist das ist stabil für spcs das ist für ein pack oder drei walk sechs worte schlechtes 84 pack was ich gezogen habe so leute wir machen zehn mal 83 auf schauen wir mal wie das werden wird leute checkt wie man den shop wird euch die nice designs ihr wisst schwarz rot weiß grün kissentasten tonbeutel als am start ihr supportet wie man mich ich würde mich sehr freuen und euer pecklack ist direkt verdoppelt verdreifacht verzehnfacht am start ganz easy mit den nice sachen let's go digger ich hoffe bei uns auch let's go digger das sieht gut aus das sieht oh nein das ist schlechtes von allen normen gott kagliari nandes heißt der ne oder andern ach digger komm alter bruder warum ich meine ich bin zufrieden okay aber oder ausgerechnet der schlechteste meine güte das ding ist uruguay könnte eventuell cop amerika noch ich weiß gar nicht gar nichts verfolgt ehrlich gesagt da aber könnte mir vorstellen dass sie vielleicht noch wenigstens paar siege einfahren und der vielleicht noch auf 92 kommt 94 wird glaube ich schwerer 92 könnte möglich sein aber naja gut wir schauen was noch hinter ist zweiter kann auch nicht dahinter sein von den grünen weil das glaube ich schon der beste war vor digger es sind wieder 6 83 ist nicht hier bitte aber okay immerhin noch müller parejo und witzel wenigstens 90er path to glory von daher boah ok leute saftig 5 x 85 plus lasst leiter leute macht ihr eine milliarde leicht von abonnieren glockern hier täglich einschalten ich hoffe ihr seid dabei ihr wisst es checkt mein shop aus wenn euch die nice designs orange blau rot grünen kissentassen tonbeule nice led und vieles mehr gönnt euch meine nice designs unterstützt mich damit ihr direkt verdoppeltes packlack am start aber direkt ich zeige es nämlich euch jetzt wie es funktioniert und zwar so schreibt mir mal gerne in den kommentar aber so ein besser spiel aber die die sehr gezogen hat in fifa 21 kommen das ich will erst mal nicht sagen polen leon doch die armen wo die chesney alter 87 80 chesney 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 der typ 87 fünfmal 85 brunnen und im letzten 87 wer ist niemand aus gewesen ok man nehme ich mit ist in ordnung kann man arbeiten aber wirklich mit arbeiten ja kann man vollkommen mit arbeiten aber chesney oh mein gott das ist echt gar nicht gut das ist so was willst du noch sagen leute es ist einfach traurig der text kommt ein 200 karl und zieht in die macht ja das ist traurig jetzt sind da 4 85 er drin als war ja klar und scheiß es war mir klar dass ab die 85 hinter sind was ist das für ein trauriges pack alter ist so traurig diese petzen so traurig alter so kann es auch die bestes ich es tut so weh auch es tut einfach wirklich ist tut einfach es tut so krass weh einfach so ein eiferschlag ins gesicht leute wir kommen zum 5 und leute lasst mich mal gerne leiter lass ich mal gerne abo da falls ihr noch nicht abonniert hat auch gerne kostenlos abonnieren blog aktivieren um nichts mehr zu erfassen ihr wisst es checkt den shop und gönnt euch die nice designs in orange blau rot grünen kissen dass ein turmbeutel nice led lang und vieles mehr gratis autogrammkarte zur bestellung dazu und ihr unterstützt mich wie man mit dem kauf ich würde mich sehr darüber freuen ich glaube ich schreibe gerne auch in die kommentare was euer bester fifa 21 spieler war den ihr dieses jahr gezogen haben wir gucken mal wer unser wird ich hoffe der ist in diesem pack drin wir werden sehen wie leicht wie leicht wie leicht wie leicht möglich dass die zuerst mal nicht obwohl brasilien ztm auch gott sei dank ich hab fabio haben uns noch gerettet alter casimiro 89 casimiro geht klar und echt nur gerettet ich dachte es wird fabio 87 wer broke gewesen ist es dann wäre wahrscheinlich die wahrscheinlichkeit dass dahinter noch und andere guter spieler gewesen ganz gering gewesen jetzt 89er zu 70 prozent würde ich sagen dass die wahrscheinlichkeit trotzdem ein 85er hinter ist zu 30 prozent einer höher vielleicht ein 86er mehr wird auch nicht dahinter sein wenn es jetzt fabio gewesen wären wir wieder 99 kommen neunprozentige chance dahinter 85 gewesen wäre also von daher ist okay aber mit arbeiten und 85 es ist wirklich immer ein 85er save in diesen packs aber bin ich zufrieden wie gesagt ein 89er ist gut für das rating spc naja aber man weiß ja nie ne man weiß ja nie mit einem schlechten gefühl reingehen ach kann nur besser werden oder auch nicht let's go das sieht schon wieder nicht gut aus englands rechts mittelfeld bvb oh sancho alter wetter oh mein gott 87er rated sancho jetzt 87 ist ja auch stabil eigentlich aber oh man 87er walkout ist immer so bitter ne das ist echt immer so bitter oh man jaden sancho bruni 87er sancho da wird auch wahrscheinlich mit hoher wahrscheinlichkeit kaum was gutes dahinter sein vielleicht wenn wir glück haben noch einen walkout wäre geil wenn noch ein walkout dahinter ist aber ich glaube mehr auch nicht alter also sancho er hat doch nur noch 83 tempo den fuhr langsam gemacht ne sancho muss sagen dieses jahr sancho ist immer so weiß ich nicht manchmal spielt sancho richtig stark und dann spielt er mal wieder ganz kurios also ich bin gespannt ob er nächstes jahr auch wechseln wird ich habe schon gedacht bei england eigentlich dachte es wird sterling ich habe gar nicht an sancho gedacht dass die auch noch gibt als walkout aber ist jetzt wie gesagt auch nicht so geil sancho aber naja gut können wir nicht ändern wir schauen mal was noch dahinter ist leute 321 let's go vielleicht noch irgendwie ein zwei walkouts kommen wir gut an der 485 er ernst er was ist das wieder so wir sind schlecht und peck mal die hier sind so katastrophen 485 alter 485 oh mein gott jayden sancho denn die uns auf 5 8